Ich bringe auch noch mein Date mit. Die Leute scheinen sich prächtig zu haben gesehen. Wir haben eine tolle Beerdigung gegründet. Vielleicht lasse ich meine auch hier ausrichten. Leute, die sich in unserem Badezimmer unkontrieren, bevorzugen. Wer glaubt auch, alles fällt mir einfach in die Schoß. Ich schlafe schon gar nicht mehr. So schlimm? Quatsch doch einfach mal mit ihm. Ist er da? Hinten. 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 Hinten.